Hallo, heute wollen wir eine Meerjungfrau machen und so soll sie am Ende ausschauen. Ihr braucht dazu euren Luhm. Den Luhm baut ihr zuerst so zusammen, dass die mittlere Reihe um einen Stab nach außen versetzt ist und legt ihn genau so vor euch hin. Natürlich braucht ihr noch ausreichend Gummibänder für die Augen, den Mund, den Körper, den BH-Bereich und die Flosse und natürlich zum Schluss noch für die Haare. Die genaue Anzahl könnt ihr dann in meiner Beschreibung nachlesen. Wir benutzen zwei Gummis für die Meerjungfrau und wir beginnen mit den Haaren. Zuerst wollen wir diese beiden Stücke machen und dann machen wir auch gleich noch mit die Arme. Legt euch auch noch einen Stift mit bereit, denn die Haare und die Arme werden dann erstmal auf den Stift aufbewahrt. Wir beginnen oben in der Mitte, nehmt euch immer zwei Gummis und nun spannen wir viermal immer zwei Gummis über die Reihe. Vier. Und das gemachte ist, macht ihr das gleiche auf der rechten Seite noch ein zweites Mal. Wieder viermal immer zwei Gummis. Jetzt nehmt ihr euch einen gelben Gummi und wickelt immer diesen Gummi auf den untersten Stab, mehrmals darum. Auf beiden Seiten. Wenn das gemacht ist, nehmt ihr euch nun die Farbe, wie euer Körper aussehen soll und jetzt machen wir noch gleich die Arme. Wieder immer zwei Gummis. Wir setzen in der mittleren Reihe an den nächsten freien Stab an und spannen da auch viermal immer zwei Gummis. Und das gleiche macht ihr jetzt auf der rechten Seite auch noch einmal. Nun nehmt ihr euch wieder einen Gummi von der Farbe und wickelt wieder bei beiden Stäben ganz unten den Gummi mehrmals darum. Jetzt wollen wir diese vier Stücke ablumen. Geht dafür hinter den umwickelten Gummi. Wir beginnen mit den Armen und holt euch die untersten beiden Gummis auf den nächsten Stab. Und das machen wir jetzt bis nach oben. Und das gleiche machen wir jetzt auf den drei anderen Stücken auch. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch euren Stift. Und jetzt fangen wir ganz oben an, geht mit dem Stift durch eure Gummis hin durch und zieht die erste Reihe ab. Und das gleiche machen wir jetzt mit den anderen drei Stücken auch. Alle jetzt auf den Stift bringen. Und nun habt ihr vier solche Stücken. Zwei Arme und beide Seiten für die Haare. Jetzt geht ihr wieder nach ganz oben an euren Lumen. Wir beginnen mit dem Haaransatz. Nehmt euch zwei gelbe Gummis. Geht ganz oben von dem mittleren Stab nach rechts. Das gleiche macht ihr jetzt von der Mitte nach links. Oder von links auf die Mitte, so wie es am besten geht. Damit es so ausschaut. Jetzt nehmt ihr eure Farbe, wie der Körper ausschaut, also wie der Orange. Geht auf der rechten Seite zweimal von dem ersten obersten Stab nach unten. Das gleiche machen wir jetzt auf der linken Seite. Nun machen wir noch die mittlere Reihe. Dafür geht ihr dreimal gerade nach unten. Wieder von ganz oben angefangen, dreimal Gummis spannen. Nun wollen wir den Kopf schließen. Dafür von dem letzten bespannten linken Stab auf den mittlersten. Und das gleiche nun von diesem mittlersten auf den rechten. Und das wäre schon unser Kopf. Jetzt gehen wir von der Mitte 1 nach unten. Nun geht ihr wieder von diesem mittlersten einmal nach rechts und einmal nach links. Dann nehmt ihr euch eure Farbe, wie der BH aussehen soll. Nun geht ihr von dem rechten bespannten Stab 1 nach unten. Und auf der linken Seite das gleiche. Jetzt wieder eure Körperfarbe. Geht auf der rechten und auf der linken Seite noch einmal nach unten. Nun gehen wir in der Mitte von dem Halsbeginn, oder wo unser Körper losgeht, dreimal nach unten. Jetzt nehmt ihr euch eure Farbe, wie die Flosse ausschauen soll. In meinem Fall grün. Dafür geht ihr auf der linken Seite jetzt zweimal gerade runter. Und nun von dem letzten bespannten Stab geht ihr auf den mittleren Stab einmal. Jetzt machen wir die rechte Seite. Dafür geht ihr dreimal gerade nach unten. Und nun von dem letzten rechten bespannten Stab auf den mittleren. Nun gehen wir von der Mitte viermal gerade nach unten. Vier. Nun von diesen mittlersten einmal nach rechts. Dann einmal nach links. Und auf der rechten Seite und auf der linken Seite noch einmal gerade nach unten. Und was gemacht ist, umwickelt ihr eure letzten beiden Stäbe, den rechten und den linken. Dann geht ihr wieder nach oben zu eurem Kopf. Nehmt euch jetzt zwei Gummis von eurem Körper. Eure Farbe des Mundes. Den Gummi für den Mund wickelt ihr nun dreimal um euren Haken. Nehmt die beiden Farben des Körpers, die beiden Gummis. Und zieht diese beiden da hindurch. Wenn das gemacht ist, wird dieser Gummi auf den linken dritten Stab und auf den rechten dritten Stab gebracht. Die linke Seite und auf die rechte Seite. Das Mundstück ein wenig in die Mitte schieben. Und jetzt machen wir das mit den Augen. Dafür braucht ihr nur einen Gummi von eurem Körper. Eure beiden Farben fürs Auge. Diese beiden Gummis wickeln wir auch wieder dreimal um unseren Haken. Gleich alle beide. Drei. Ein. Drei. Nun zieht ihr diesen einen Gummi auch da hindurch. Und wenn das gemacht ist, kommt dieser Gummi auf den linken zweiten Stab und auf den rechten zweiten Stab. Links. Und auf die rechte Seite. Schiebt eure Augen nach rechts und nach links. Nun habt ihr hier in der Mitte zwei Gummis. Ihr nehmt euch den obersten und legt ihn auf den obersten, mittelsten Stab darüber, damit es so ausschaut. Nun nehmen wir einen Gummi von unserem Körper, legt ihn über diese Stäbe, wo euer Mund gelegt ist, auf den dritten, linken und rechten Stab. Und den obersten Gummi, das oberste Stück, hebt ihr auch wieder auf den obersten, mittleren Stab, damit sich so ein Dreieck gebildet hat. Wenn ihr das habt, gehen wir zum Körper und machen da das Gleiche. Zuerst nehmen wir die Farbe von unserem BH, geht dafür, wo der Körper angefangen hat, auf diesen zweiten, linken und rechten Stab. Und wieder den obersten Gummi auf den oberen Stab legen. Jetzt nehmt ihr wieder eure Körperfarbe, macht es gleich das Gleiche auf den nächsten beiden Stäben und wieder über diesen mittleren Stab. Nun nehmt ihr eure Flossenfarbe und macht das auch noch zweimal. Immer auf den nächsten Stab gehen, darüber spannen und den obersten Gummi auf den mittleren Stab legen. Jetzt noch einmal von links nach rechts und auf den mittleren Stab. Und nun sollte es erstmal so ausschauen, dass in der Mitte sich noch solche Dreiecke gebildet haben. Und nun befestigen wir noch unsere Arme und die Haare. Geht dafür an den Anfang eures Körpers. Und nun legt ihr links und rechts eure Arme darauf, gleich auf den ersten Stab. Dann geht ihr ganz nach oben und macht das mit den Haaren das Gleiche. Gleich auf den ersten linken und rechten Stab die Haare anbringen. Und so sollte nun unser fertiges Stück ausschauen. Geht nach unten. Und jetzt beginnen wir abzulumen. Wir fangen auf der linken Seite an, geht hinter euren umwickelten Gummi und bringt die beiden untersten Gummis auf den nächsten Stab. Das Gleiche machen wir mit den nächsten beiden Gummis. Geht in die Lücke und auch wieder auf den nächsten Stab legen. Das Gleiche wird jetzt auf der rechten Seite gemacht. Das unterste Stück wäre nun gemacht. Und jetzt macht ihr in der Mitte den einen Gummi. Hinter alle Gummis gehen, nur die untersten beiden. Nun machen wir zuerst den mittlersten Gummi. Dann kommt dieser Rechte. Geht ein Stück nach oben. Jetzt nehmt ihr euch wieder den mittlersten Gummi. Einmal nach oben. Das wären wieder die obersten beiden Gummis. Und nun den linken Gummi. Wenn das gemacht ist, loomt ihr die rechte Seite von den untersten bespannten Stab bis ganz nach oben in die Mitte. Geht immer hinter alle Gummis. Holt euch die beiden. Da wo die Dreiecke gespannt sind, geht ihr auch hinter den Gummi. Nun erstmal ganz normal gerade hoch. Da wo der Arm drauf ist, passt auf, dass ihr den richtigen Gummis erwischt. Die untersten beiden und bringt sie auf den mittlersten Stab. Das gleiche wird jetzt mit der linken Seite gemacht. Und nun machen wir die Mitte. Die Mitte wird jetzt von unten bis nach oben zum Anfang des Kopfes. Also das kurze Halsstück machen wir gleich mit. Wir beginnen unten auf die Mitte. Nun von der Mitte das Halsstück, die untersten beiden Gummis. Macht da ein bisschen langsam, weil wir so viele Gummis darauf gespannt haben. Und jetzt nehmen wir zuerst die beiden rechten Gummis. Das wären auch wieder die obersten beiden auf den rechten Stab. Nun kommen die beiden linken Gummis. Wieder die nächsten oberen. Und nun noch die letzten beiden von der Mitte. Und jetzt lumen wir die linke Seite bis ganz oben ab und die rechte Seite bis ganz oben. Passt auf, da wo ihr euer Mundstück habt, dass ihr wirklich hinter alle Gummis geht. Bei dem Auge auch wieder hinter die Gummis gehen. und auf die Mitte. Nun noch die rechte Seite und zum Schluss noch die Mitte fertig machen. Wenn ihr das habt, dreht ihr den nun so, dass ihr den obersten, mittlersten Stab vor euch habt. Nehmt euch noch mal ein Gummi von eurer Haarfarbe, geht mit euren Haken hinter alle Gummis rein, zieht diesen einen Gummi da hindurch, legt alles auf euren Haken. jetzt zieht ihr die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurch und zieht alles ein wenig fest. Und nun können wir alles abziehen. Zum Anfang hilft ein wenig mit euren Haken, weil sehr viele Gummis hier drauf liegen. und langsam alles abziehen. Das Halsstück auch wieder hilft mit euren Haken und alles runter. Legt euren Nium beiseite. jetzt dreht ihr euer Stück bringt alles in Form zieht die Augen und das Mundstück ein wenig heraus noch einmal euren Haken festziehen und so schaut nun unsere Meerjungfrau aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!